Da mal los, ne? Dachboden tendenziell eigentlich auch mal gefährlich. Hier aber sehr hell gerade. Videokassette. Happy Birthday. Die können wir uns nochmal reinziehen gleich. Ein Weihnachtsbaum. Ein Spiegel. Was kann man hier machen? Renovierungsvertrag. Kunde Jack Baker. Auftragnehmer Trevor & Chamberlain Construction. Renovierungszeitraum 10. November 92 bis 30. November 92. Umfang Installation von Schatten aktivierter Tür in Eingangshalle. Eine Spielzeugachse. Flintenattrappe. Warum nehme ich die Spielzeugachse mit? Kann also nicht als Waffe verwendet werden. Ich habe schon ganz schön viel gefunden hier wieder, ne? Mein Inventar ist schon wieder voll. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, wir müssen gleich erstmal nochmal zum Safe-Spot. So, hier. Ich gucke aber nochmal einmal durch. Hier ist erstmal nichts mehr. Aber mal zu hier. Ja. Ja, ich sag's ja. Safe-Spot mal eben. Oh. Boah, guck dir das. Es ist so schlau versteckt hier. Nein. Na, hallo. Entspannen Sie sich. Es ist schlau versteckt. Nein. Junge. Das haben Sie auch wirklich. Mann, Mann, Mann. Hm. Schwer dran zu kommen. Muss ich gleich nochmal gucken. Da ist dein Wackelkopf. Ja, ja. Hab ich gesehen. Vielleicht wieder Pistole, wenn's nicht anders geht. Follow-Age gibt's hier nicht. Schieß doch einfach. Ja, ich wollte ja Munition sparen, Mann. Weil ist das das Hobby des Vaters? Äh, Safe-Raum gab's hier nicht. Wir sind da unten wieder, ne? Ja. One moment. One moment, please. Einmal nochmal zum Safe-Raum. Dum-Dum. So. Wir gucken uns das Video jetzt noch nicht an. Wir packen's hier rein. Wir gucken's uns gleich im Wohnwagen an. Also, Video kann erst mal weg. Dietrich. Pillen. Hm. Die Axt. Weiß noch nicht, was ich damit soll. Ich pack's erst mal weg. Drei Plätze frei. Schlangenschlüssel. Ich glaube, das war der letzte Raum. Ich glaube, das war's. Pack ich auch erst mal rein. Die Karte behalte ich mal. Das Etikett ist rot. Okay. Ähm. Schießpuder. Äh, äh, äh. Ne. Ne, ist okay. Ist okay. Und nochmal speichern. La, 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 la. Schon sechs Stunden in dem Game insgesamt, ne? Läuft ganz gut. Schießen. Danke. Wir werden schießen. So. Und wieder da hoch. Äh. Ne, doch. La, 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 la. D, 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 d. Seid ihr sicher, dass wir bisher alle von diesen, äh, von diesen Wackelköpfen gefunden haben? Bin mir nicht ganz sicher. Wir haben bestimmt irgendwo was übersehen, ne? Man weiß es nicht. So, hier wieder hoch. Jawohl. Es ist schon gut gemacht teilweise, ne? Wenn ihr jetzt hier nicht runtergehen würdet, dann würdest du es halt nicht sehen, ne? Nice. So. Okay. So, hier lag noch die Flüssigkeit. Was machen wir damit? Einmal, äh, Pistole. Granaten haben wir eigentlich langsam auch genug, ne? Sieben Stück. Wobei, die gehen schnell weg. Aber wir haben keine Paste, ne? Da würde ich mal so eine starke Healthleistung hier machen. Gut. Hier ist ein Projektor. Da liegt auch schon was drauf. Da geht gleich wieder was auf. Da gibt es irgendwie eine Sondertür. Hier liegt wieder ein Ball. Und hier ist wieder ein Puppenhaus. Gut. Es geht wieder... Ich dachte schon. Es geht wieder los. Ja. 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 Äh. Ne? Oh. Dreh es mal in die Richtung. Ja. Ah. Oh Mann, geht es. Der war doch drauf. Ja, nicht ganz. Oh, ey. Das ist echt ein Krampf. Ein räumliches Denkvermögen. Das ist bei mir echt ein Krampf. Ich kann das nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh. Mann. Irgendwann haben wir es. Jetzt habe ich ihn genau umgekehrt. Lul. Ja. Ich brauche noch mal ein bisschen länger. Es tut mir leid. Ich bin da zu blöd für. Ich sage es dir, wie es ist. Ach, guck mal. Die zweite Karte. Nice. Das liegt gut. So. Wir machen folgendes. Wir gehen in den Wohnwagen. Wir gucken uns das Video an. Wir öffnen beide Zugänge. Und dann knöpfen wir uns den Typen vor. Wir haben 22.48 Uhr. Wir machen so 23.23 Uhr. 23.15 Uhr. Wir haben noch einen Dietrich, ne? Warte mal. Hier hinten ist noch was für einen Dietrich. Das haben wir noch gemerkt. Ist das blau oder hinten? Mach mal auf. Boah. Hier Schuss. Immerhin. Gut. Hier war doch auch ein Player, ne? Könnten Sie uns auch hier angucken. Komm, dann machen wir es hier. Ne, ich habe es ja abgelegt. Ne, geht nicht. Sorry. Geht nicht. Willst du die Flintenattrappe nicht mitnehmen? Ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz wofür. Ich kann es machen. Klar. Ich kann es machen. Vielleicht ist es auch ein... Ja, vielleicht ist es auch ein Achievement oder so, ne? Ja, lass sie mitnehmen. Lass sie nochmal mitnehmen. Da hat er aufgepasst. Da hat er aufgepasst, ne? Blindenattrappe. Da hat er aufgepasst. Der Brocken. Ab zum Wohnwagen. Der Regenschirm, der ist auch irgendwie ein bisschen sass, finde ich. Der hängt da schon so komisch. Langsam wird man hier... Telefon. Telefon. Alles richtig gemacht. Hey, Kumpel. Denk dran. Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein. Du musst dich erst büten lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Also von den Hinweisen her, finde ich, manchmal wird es dir ein bisschen einfach gemacht. Also es war mir jetzt eigentlich klar, dass ich hier raus muss, um da reinzukommen. Aber hier werden sehr viele Hinweise gestreut. Da sieht man es dann auch nochmal, dass da hinten Party ist. Also, ja. Alter, wo kam er denn her? Oh, zwei. 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 Die sind zu schnell, die Viecher. Das ist das Problem. Lass mal nach, Junge. Ja. Die springen auch immer so geschissen. Komm her. Der Granatwerfer macht was. Der macht was. Nice. So, lass uns mal eben erst mal das Video angucken. Achso, das haben wir ja noch da hinten drin, ne? Wollen wir schon wieder was reinpacken? An sich nicht. Die beiden Karten sind ja gleich weg. Nee, Platz ist genug da. Videokassette. 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 Da. Das war's. Wo wollen wir damit? Wir finden irgendwie auch keine Münzen mehr, ne? Also, unheimlich spät, dass man hier eine Magnum findet, finde ich irgendwie. Das haben wir aber noch einige übersehen. Auf geht's. Happy Birthday. Hm. Oh, mein Freund. Du bist ein verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beleide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert. Und jetzt ist es halt nicht soweit. Alles nur fertig. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird dein Spaß. Du wirst schon sehen. Hm. Okay. Okay. Alter, was wär denn? Kerze. Hm. Okay. Mal sind wir in der Hütte, wo vorher das Wohnzimmer war? Da ist der Kuchen. Ja. Da tritt irgendwie Gas aus oder so. Man kann hier nicht raus. Will ich da schon hin? Dann weiß es nicht. Es gibt aber auch keine großartigen anderen Wege. Nee, ich muss da hin. Okay. Ja, geil. Okay. Ich nenne das Spiel. Ich will wirklich... Happy fucking birthday, I got a light. Und keine grässlichen schwarzvollen Tod sterben. Ich weiß. Sieht nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Tod. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Leck mich. Das hab ich auch gerade gedacht. Ja, die Kerze brennt nicht. Das ist mir klar. Gibt ja Klampe. Aufzieh. Schmerz. Wie passt hier nicht? Mann, Junge. Ist hier noch was? Nee. Okay. Eine Art Schloss. Ja, ähm. Ich hab das Gefühl, hier brennt hinterher alles. Hab ich irgendwas gerade übersehen? Wie mach ich denn jetzt die dusselige Kerze an? Vielleicht hier. Ah. Hm. Oh. Kerze. Ich bin ja auch der Meister des Kerzenanzugs. Das darf man nicht vergessen. Wie mach ich den Scheiß denn hier aus? Ist aber dezent. Das ist aber dezent nervig. Irgendwas fehlt mir hier. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Hier. Mhm. Jetzt bringt er die Kerze. Kann ich hier nicht anmachen. Nee. Ähm. Was fehlt? Lass uns mal nochmal gucken. Entschuldigung. Können Sie mir helfen? Ah. Ah, nee. Warte mal. Warte mal. Das kommen auch noch Clowns, Alter. Ich fasse es nicht. Aber was bringt mir das jetzt? Stehen. Oh, dass ein Finger fehlt. Ein Finger fehlt. Ein Finger fehlt. Es kommt kein Wasser raus. Ah. Ah. Mann. Das ist so eklig. Was ist das? Erschmutztes Fernrohr. Kann man das als Finger nehmen? Fast nicht. Kann man das Fernrohr da vorne draufschrauben? Was will das bringen? Was kann ich denn mit dem Fernrohr? Ah. Oh ja. Da sieht man aber viel. Widerlich. Irgendwie verstehe ich es nicht so ganz. Wo ist das Problem? Was soll ich jetzt mit dem Fernrohr machen? Was soll ich jetzt mit dem Fernrohr machen? Hier muss ich das Wasser abstellen hier vorne irgendwie. Dafür finde ich nichts. Sonst kann ich hier mit der brennenden Kerze nicht durch. Ich komme nicht weiter. Da hinten ist ein Zahlenschloss. Da habe ich noch keine Infos zu. Hier kann ich die Kerze anmachen. Hier läuft die Gasleitung. Hier steht einfach hier. Ich sehe auch fast nichts mit dem Ding, ne? Was hat mir das jetzt gebracht? Oh. Wo ist sein Finger? Der fehlt auch noch. Rätsel über Rätsel. Ja. Hier steht die Suppe bis oben. Toll. Ich habe noch eine andere Idee. Kann man die Luftballons zum Platzen bringen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist aber unlogisch. Was ist denn, wenn ich hier... Warte mal. Hier. Ist da der Hahn? Wie komme ich denn da hin? Da ist eine Tür. Ah. Ah. Ja. 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 Jetzt habe ich es verstanden. Hat ein bisschen gedauert. Soll man dir helfen oder willst du selber rätseln? Nee, kam es. Einige Luftballons hier. Ja. Uh. Schöner Sound. Nee. Ohne das Passwort wird es kaum gehen. Ja. Jetzt bin ich wieder da, wo ich war. Oh. Ballon. Liegt hier noch irgendwo was? Ja, Baby. Woo. Ja. Oh yeah. Das finde ich witzig. Das ist gut. Nee, ne? Okay. So, was war das jetzt? Ein nicht aufgeblasener Gummiballon. Soll der hier hin? Hm. Das war nicht so schlau. Jetzt habe ich einen Nagel in der Hand. Boah. Und einen Füller. Cool, was alles aus dem Rohr kommt. Füllfederhalter. Füllfederhalter. Okay, ich habe jetzt einen Füllfederhalter, ein Fernrohr und die Kerze. Ich komme nicht in irgendeiner Form an das Passwort. Und Abend. Herzlich willkommen. Es ist nicht einfach. Was übersehe ich? Was mache ich denn mit dem Füllfederhalter? Sieht nach einer billigen Nachbildung aus. Was mache ich damit? Kann ich den hier reinstecken? Da brauche ich doch ein Werkzeug. Da brauche ich doch ein Werkzeug für. Und das hier habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Ihn hier. Nee, das hat... Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt immer noch. Aber hier ist mittlerweile alles voller Öl, ne? Hier wird es nachher brennen wie die Luzi. Das kann ich dir schon mal sagen. Er würde ihn nicht ruhig halten können. Was ist denn, wenn... Ah, nee, da geht's nicht. Der Füllfederhalter muss hier rein, oder? Hallo. Aber das ist doch für Tinte hier, das Ding. Das gibt's doch gar nicht. Was muss man denn damit machen? Er kann ihn nicht richtig halten. Ja, weil ihm ein Finger fehlt. Verstehst du? Ihm fehlt ein Finger. Aber der gehört dazu. Ihm fehlt ein Finger. Wo ist der Finger? Ist noch was im Klo? Nein. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Ist hier was drin? Zünd mal nochmal an. Damit kann ich's nicht machen. Mach ich mal komisch, ne? Ja, zeig ich manchmal so auf Gegenstände. Zünd mal nochmal an. Okay, das klappt auf jeden Fall nicht. Was übersehe ich denn hier? Hat einer eine Idee? Hat jemand eine Idee? Der Füllfederhalter muss in seine Hand. Dafür fehlt ein Finger. Keine Ahnung, was er dann macht. Aber, äh, auf jeden Fall. Hier können wir nichts mehr machen. Das hat sich erledigt. Hier ist irgendwie auch so ein wildes Bild. Keine Ahnung, was man da sagen soll. Hm. Ähm. Ich habe keine Ahnung gerade. Ich habe gerade nicht so viel Ahnung. Kabel. Kann man hier was machen? Ne. Versuch mal was mit dem Fernglas. Ja, damit muss ich auch noch irgendwas machen. Was ist denn? Warte mal, ich nehme das mal in die Hand. Ei, du siehst ja gar nichts mit dem Fernglas. Und siehst ja gar nichts durch das Ding. Scheint mit einem Polarisationsfilter ausgestattet zu sein. Durch den Schmutz kann man kaum durchsehen. Warte mal. Kann ich das dann nicht mit dem Wasser mal irgendwie reinigen oder so? Ich nehme es ja auch gar nicht in die Hand, ne? Wie mache ich das denn sauber? Im Waschbinken kommt kein Wasser raus. Wenn ich dadurch doch kaum was sehe. Ich verstehe es nicht. Wirst du nicht mehr, wenn es sauber ist? Ja, ja. Das ist schon klar, aber ich checke gerade. Läuft in der Küche irgendwo Wasser? Ne, ist gar kein Hahn, ne? Ich muss es ja irgendwie sauber kriegen. Warte mal. Ah. Ah. Das lässt sie nicht stopfen. Ja, mit der Flore hätte ich es jetzt auch nicht sauber gekriegt, ne? Muss ich mich hier irgendwie reinstellen in diese Dusche? Ah ja. Ah. Okay. Ja. Oha. Ganz wild. Irgendwie so eine hängende Statue, ein Rabe, ein Baby. Das ist der Code für hier vorne. Was ist das? Glaube ja. Ja. Ist das das mit dem Raben, ne? Das ist eine Lampe. Das ist das mit dem Raben, ne? Kind. Irgendwas ist falsch. Das ist es. Oha.